so leute wir machen wieder illuminati confirmed letztes mal mit zuschauern bzw eben gerade und diesmal habe ich mir gedacht machen wir es einfach mal mit einem mit streamer von mir und zwar den captain mein x01 und haut rein und hört zu captain mein x01 gucken wir uns mal seit twitch lang genauer an captain mein x01 hat zwölf buchstaben zwölf durch zwei sind sechs sechs durch zwei sind drei drei dreieck und drei kommt die zahl drei vor drei drei seien dreiecken zu fielte rein zufall ich denke nicht sein twitch namen ist grün im chat von dumme deine lügensfarbe ist auch grün das dreieck eines illuminant hat diese farbe grün broten hd nennt mein x meistens minimix broten hd ist bereits illuminati confirmed zusammenhang seht ihr nicht let's find out wenn wir minimix angucken minimix hat sechs buchstaben wieder die sechs wieder gleiche rechnung wir kommen wieder auf die nummer drei wenn wir seinen namen captain mein x01 und drei einheiten unterteilen haben wir drei einheiten captain mein x01 wieder die drei dreieck alles zu drei auch etwas mit dommeln zu tun und mit broten hd beide sind bereits illuminati confirmed er gehört also mit zu dommeln er hört in einem bund also sind wir wieder mal alle verwandt wer weiß der sind wieder alle glp verwandt aber irgendwie auch nicht aber irgendwie auch doch aber irgendwie auch nicht aber irgendwie auch doch und irgendwie haben wir alle was mit wann die zu tun haben überhaupt nichts mit dieser beraten affäre zu tun hat oder doch zufall ich denke nicht er hat auf 233 follower wieder zweimal die drei kommen vor dreimal zwei sind sechs wieder die sechs selbst nicht zwei sind wieder die drei das ist die hintergrundmusik schon wieder inception wieder zu ttl zusammen sein alter ist 14 14 wie dommern broten ht sie kennen sich 14 27 7 damit haben wir den unbestreitbaren beweis cap mein x01 ist illuminati confirmed